Vielen Dank, Hans Löhr, für diese klaren und deutlichen Worte, muss man nochmal betonen. Das war es auch schon mit der Auftaktgrundgebung hier, das Warm-up vor der US-Kastane Katterbach. Weiter geht es um 15 Uhr am Martin-Nuddelplatz und anschließend der Ansbacher Ostermarsch durch die Ansbacher Innenstadt. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle auch unten in der Stadt wieder dabei seid und die Grundgebung für hier oben ist damit aufgelöst. Vielen Dank.